Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Götz Wittneben ist verstorben. Mein tiefstes Mitgefühl an alle Angehörigen, Freunde und Wegbegleiter. Götz, Prümerdorf, ihr bist jetzt. Danke für dein Sein und alles Gute auf diesem neuen Weg. Götz, Prümer, Götz, Prümer, Götz. Götz, Prümer, 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 Götz, Prümer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020